Konditors mit einem völlig neuen Rezept. Himbeereis im heißen Tee. Erster Neuvorschlag für heute. Wie fast jeden Tag sitzen wir im Café. Und manchmal denken wir, die Welt ist schon zu klein für uns. Die Milch zaubert Wolken in den Tee. Und irgendeiner kähnt im Zigarettendunst. Himbeereis im heißen Tee. Die Augen von Veronika. Unerfüllte Träume von der Reise nach Amerika. Himbeereis im heißen Tee. Die Augen von Veronika. Unerfüllte Träume von der Reise nach Amerika. Die Raketenspuren am Kate Kennedy. San Francisco und der letzte Hippie. Broadway-Glanz, West Side Story. All das Chrom und das Leder und die Milchschicks drüben. Und die langen Fahrten mit dem Greyhound-Bus. Aus dem letzten Film in Erinnerung geblieben. Und du weißt genau, dass du mal rüber musst. Und du weißt genau, dass du mal rüber musst. Himbeereis im heißen Tee. Die Augen von Veronika. Unerfüllte Träume von der Reise nach Amerika. Himbeereis im heißen Tee. Die Augen von Veronika. Unerfüllte Träume von der Reise nach Amerika. Himbeereis im heißen Tee. Die Augen von Veronika. Himbeereis zum heißen Tee. Das waren die Konditos.